Endlich steht es wieder los! Der sechste Spieltag in Liga 3 der DSC Amiga-Wiedefeld gegen DSC Freiburg 2. Und wir haben heute einen besonderen Spieltag. Es ist ein mini-Spieltag. Ich habe Erik an meiner Seite und lieber Erik, wir begrüßen jetzt erstmal an dich hier im Stadion. Wir sind auf der Top-Tribüne! Herzlich willkommen auf der Top-Tribüne! Und hier seid unser zweiter Mann. Hallo auf der Top-Tribüne! Und hier kommt unsere Mannschafts-Aufstellung im Tor. Und unsere Nummer eins, Jonas! Mit der Nummer 4, Louis! Top-Tribüne! Und hier kommt unsere Nummer auf Semi! Merk-Liga! Mit der Nummer 7, Liga! Sieger aus Liga! Die 8 T-Send! Sieger aus Liga! Unsere Nummer 11, Eivy! Sieger aus Liga! Mit der Nummer 17, Merk-Liga! Sieger aus Liga! Mit der Nummer 24, unser Kapitän Kressler war! Sieger aus Liga! Mit der Nummer 27, Gens! Die Norge! Die 38 T-Send! Herzlich willkommen, Marius! Sieger aus Liga! Sieger aus Liga! Und unsere Nummer 39, Marie! Sieger aus Liga! Sieger aus Liga! Und jetzt geht's weiter mit der Ersatzwagen! Das macht wieder unsere Ehre! Mit der Nummer 32, Leo! Sieger aus Liga! Mit der Nummer 6, Charles! Sieger aus Liga! Mit der Nummer 9, Fabian! Sieger aus Liga! Mit der Nummer 10, Nazi! Sieger aus Liga! Mit der Nummer 20, Trump! Sieger aus Liga! Mit der Nummer 23, Leon! Schneider! Sieger aus Liga! Mit der Nummer 25, Keito! Sieger aus Liga! Sieger aus Liga! Sieger aus Liga! Das hast du perfekt gemacht, Eric 10-0-Reiler! Und das ist unsere Täter! Der Ernst Nubitz! Auf die Familie! Und jetzt geht's Ihnen! Der Liga! Der Liga! Der Liga! Der Liga! Und jetzt geht's! Ich bin gut! Ich bin gut!